Einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei uns in der Anstalt. Schön, dass Sie sich heute wieder haben einliefern lassen zu unserem kleinen Mentaltraining, so kurz vor der Fußball-EM-Border, wenn wir abräumen, oder? Heute, nach diesem Testspiel, 2 zu 2, fast ein Kantersieg gegen Weißrussland, die hatten bis vor ein paar Jahren noch gar kein Flutlicht, aber egal, super. Es ist, man merkt es, man spürt es, die Aufbruchsstimmung, die gute Laune, seit Tagen strahlt Wolfgang Schäuble, was mache ich mir noch Gedanken über einen großen Lauschangriff, da reicht ein Handyvertrag mit der Telekom. Na und wenn du bei Lidl telefonierst, gibt es noch ein Foto gratis dazu. Nein, es ist so toll, wir sind super, wir sind innovativ, wir sind innovativ, wir sind überall vorne dabei, wir sind Exportweltmeister beim Bestechen, wir sind, wir werden, die Welt liebt uns. Also gut, naja, gut, solange wir nicht so tun, als könnten wir singen, wie die No Angels beim Kommen, mein lieber Freund, da haben die unsere trellernden Hupftohlen, aber ab, oh Leute, L'Allemagne, zero point, und das 40 Mal, okay, das wird bei der EM besser, da ist Michael Ballack dabei, unser Garant auf den ewigen zweiten Platz, den muss die SPD mittlerweile schon verteidigen, ja, in der Politik wie beim Sport, die Kleinen holen auf, erst die Grünen, dann die Linke, was für ein Parteitag, oder null Programm, keine Inhalte, nur Lafontaine, der abgewatschte Rachefürst der Finsternissen, aber es geht noch weiter, es wird noch besser, es wird die Politlandschaft franzt aus, Schleswig-Holstein, und es kommt noch doller, jetzt soll sich eine Rentnerpartei gründen, um den Protest der Generation Gicht zu bündeln. Vorne weg, als Sprachrohr bei der Rollatorenrallye, Norbert Blüm, Rentner, wehrt euch, schwingt die Bettpfannen, lasst die Dauerkatheter kreisen, und eure Winde der Empörung hineinwehen in die Chefetagen der Politik. Der Wettkampf, jung gegen alt, geht weiter, aber auch bei der Jugend gibt es Hoffnung, Neueste Umfrage, die Jugend raucht weniger, ja, weil sie nicht mehr dazu kommt, weil sie sich vorher schon ins Koma gesoffen hat, aber gut. Aber gut, es ist Leben, die Erwachsenen natürlich vor, und das hat unsere tolle Familienministerin gegeißelt, Ursula von der Leyen, als sie am 1. Mai von so ein paar Vatertagsausflüglern überrascht wurde, hat die einen flammenden Appell an die Gesellschaft gerichtet, Ich bestehe darauf, dass wir den Vatertag neu erfinden, als einen Tag, der mit den Kindern gefeiert wird. Und die Kids haben sich zurückgelehnt, und haben gesagt, ja gut, wenn wir mitzaufen dürfen. Nein, es ist schön. Nein, aber sonst, ich bin heute so froh, heute ist es mal ein ganz normaler Dienstag. Wir haben ein bisschen, der Pharma-Referent ist überfällig, wird langsam knapp, weil die Pillen gehen allmählich aus, aber sonst, schön, bin ich heute so ruhig, wir haben keine Fasennacht, kein 1. April, keine Mai-Feier, endlich können wir uns mal ganz normal um die Irren kümmern. Ach, Sie haben mich gerufen, Herr Prier, das freut mich natürlich. Nein, wenn, bitte, wenn ich einen, nein, 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 wenn ich einen ganz bestimmt nicht gerufen habe, dann Sie, Herr Appelt. Danke, dass Sie mir die Chance geben, hier vor diesem illustren Publikum, ich lebe Sie, meine lieben Freunde, begrüße Sie zu Hause. Ja, endlich bin ich da, ich habe einen Traum, ich habe einen Traum von Deutschland. Und ich, Herr Appelt, ich habe sogar in meiner Musiktherapie, habe ich ein Lied geschrieben, für Deutschland, einen Befeilungssong, einen richtigen Pulitz-Thriller. Ausgerechnet Sie, Herr Appelt, Sie haben Ihnen Heilschweigen verordnet. Wie soll man denn Heilschweigen? Heilschweigen kann man nicht schweigen. Damit Sie endlich mal von Ihrer gottverdammten verfickten Fäkalsprache loskommen. Ich bin da schon längst von weg, ich kann mittlerweile zehn Sätze reden, ohne einmal ficken zu sagen. Das ist für Sie locker. Das ist für Sie, Herr Appelt. Wenn Sie mit Ihrer spätpubertären Gossen-Lyrik reussieren wollen, dann lassen Sie sich umoperieren und nennen sich Charlotte. Und jetzt ab. Ins Feuchtgebiet? Auf Station. Ach, auf Station, natürlich, ich muss mich ja noch umziehen für meinen großen Auftritt. Wir sehen uns gleich, meine lieben Freunde. Ich bin bereit. Wir sind hier ein Schatzkästlein zur Bewahrung unserer schönen, reinen, muttersparender Platz zur Arschloch da rein. Und crasht mir mein Opening. Als ob wir nicht schon Probleme genug hätten. Ich war vorhin tanken. 1,53,9. Diesel. Das sind drei Mark und die Grünen sind gar nicht mehr an der Regierung. Und das ist noch lange nicht das Schlimmste. Wir hätten ihn hängen lassen sollen. Oh nein, nicht der, nicht der auch noch. Nein, bitte. Nein, nicht der auch noch. Nein. Viel, viel. Ja. Oh, Gott. Ja. Mein lieber Freund, sieht aber ganz schön ramponiert aus. Der Fundus ist ihm gar nicht gut bekommen. Ja, na ja, und jetzt noch mal fünf Jahre, sowas bleibt nicht im Sack. Warum tut er sich das an? Sich? Wieso denn sich? Und? Hat er gesagt. Ich möchte dem Land etwas von dem zurückgeben, was es mir gegeben hat. Was denn? Schloss Böllwitz im Probewohnen? Will er uns einen Redenschreiber zurückgeben oder was? Da kann ich nichts mit anfangen. Ja, will Sie dem Land was zurückgeben? Das ist doch dasselbe unverbindliche Wischiwaschi wie immer. Nein, nein, nein. Er möchte uns eine zweite Amtszeit schenken. Tolle Sache. Wissen Sie, was man machen sollte? Man sollte ihn als endgültigen Beweis dafür nehmen, dass das Amt überflüssig ist. Nichts als ein horrender Kostenposten für einen nationalen Gruß, August. Nichts anderes. Mal anschließend. Du, ich bin mal anschließend. Ja, mit dem wir dann auch noch durchfüttern müssen bis ins Grab. Mit Fuhrpark, Büro, Personal, wie all die anderen doch auch. Herzog Weizsäcker und Scheel seit bald 30 Jahren. Was denn? Und wenn jetzt noch die Schwan ihn ablöst, dann ist er auch noch dabei. Nein, das wird sie nicht, Schwan, wird sie nicht so kompetent, diese Frau Storchennest, auch sein machen. Das wird sie nicht. Also ich könnte ja nur mit Hilfe der Stimmen. Ja, mit den Stimmen der Linken. Nicht dieses Wort. Linke, das ist ja noch schlimmer als Ficken. Was? Nein. Wenn Sie mit diesen Stimmen ins Amt, dann wird der Respekt davor doch noch mehr beschädigt, als es der jetzige Inhaber je zu leisten im Stande will. Vergessen Sie es. Köhler und Leisten. Aber Sie wissen schon. Können Sie mir mal was erklären? Erklären Sie mir mal, wo das Respekt vor dem Amt eigentlich geblieben ist? Als bei der letzten Wahl Nazi-Richter Filbinger. Widerstandskämpfer bitte, Widerstand. Scharfrichter. Wenn schon dann Scharfrichter Filbinger auf Geheiß der Union Herrn Köhler seine Stimme gegeben hat. Wo war denn da das Respekt vor dem Amt? Filbinger war doch nicht links und darauf kommt es heute doch an. Und da ist die SPD gewarnt. Ja, das merkt man ja auch an, leider. Die hockt da wie das Kaninchen vor der Schlange in ihrer Abgrenzungsfalle. Das ist doch furchtbar. Ja, weil sie halt Schiss hat, damit sie nicht irgendwie mit der Linken da... Wenn Gregor Gysi morgen bekannt gibt, dass die Leibniz, das Stammessen der Linkspartei in der Bundestagskantine in Berlin Buletten sind, dann spricht die SPD übermorgen für die Partei ein Frikadellenverbot aus. Nur damit Rudald Pofalla dann nicht wieder losrüpsen kann, wer sich mit der Linken an einen Tisch setzt und auch noch die Klopse teilt, der frisst auch kleine Kinder. Meinen Sie, dass der Pofalla überhaupt weiß, wem er letztlich seine Bundestagskantine in Berlin zu verdanken hat? Ich bezweifle, dass Pofalla überhaupt irgendwas weiß. Bundeshauptstadt Berlin ist nur geworden, weil die PDS geschlossen dafür gestimmt hat und zwar im Schulterschluss mit Wolfgang Schäuble, die Linke. Wenn es passt, sind nützliche Idioten immer willkommen. Ja, sogar in der bürgerlichen Lage. Ja eben, gerade die Union kann sich doch glücklich schätzen, dass es die Linke überhaupt gibt. Die hat doch ihre Kanzlerin erst möglich gemacht. Ja, wenn die Linke bei der letzten Wahl nur ein Prozent weniger an Stimmen bekommt, dann hätten wir... Ach, und jetzt fangen Sie doch nicht damit wieder an, dann geht Ihnen wieder der Gaul durch, das ist gar nicht gut. Nein, letztendlich ist sie nur mit Hilfe der Linken und heute tun alles und regen sich ab, diese Heuchler. Jetzt hab ich's. Was? Köhler. Wie? Jetzt weiß ich, wie wir ihn wegbekommen. Ach, wenn die Linke clever ist, naja gut, lässt sie umgehend bekannt geben, dass sie bei unserem großartigen Levitenleser geschlossen für eine zweite Amtszeit stimmt. Dann müsste die Union sofort dessen Amtsverzicht fordern, um so das Ansehen Deutschlands in der Welt nicht zu gefährden. Dass da da draußen noch keiner draufkomme ist, tötz. Interessante Idee. Ich muss ja mal wieder nachkommen. Wenn Sie mich fragen, im Grunde genommen ist das vergeudete Zeit, über Köhler zu diskutieren. Jede Woche wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Nicht, wer da mit der Urnenpöbel was zu johlen hat. Unser Eins rennt hinterher. Gucken Sie, nehmen Sie nur diese armselige Schmieren-Komödie von Diätenerhöhung und Rücknahme. Nicht, mit Wiedervorlage nach der nächsten Bundestagswahl. Nicht, aber große Empörung bei der Union natürlich. Frau Annette Schawan, ein Name, der Ihnen mit Recht nichts sagt. Frau Schawan, die ist zu Unrecht Ministerin für Bildung und Wissenschaft. Die hat dazu gesagt, man müsse sich bei solchen Entscheidungen nicht wundern, wenn in Zukunft niemand mehr Politiker werden möchte. Da meinte sie damit aber den Verzicht auf die Diätenerhöhung. Jetzt frage ich Sie nicht, bin ich denn der Verrückte? Bin ich nicht ganz dicht im Kopf, wenn ich mir noch Abgeordnete vorstellen kann, die lieber die Diätenerhöhung nicht zahlen und erst mal selber ihre Beiträge für die Altersversorgung verrichten? Bin ich dann der Irre? Habe ich dann Realitätsverlust oder die, die sich das schon gar nicht mehr vorstellen können, die Abgeordneten? So müssen Sie es mal sehen. Noch schlimmer mit den Armutsberichten. Haben Sie mitbekommen? Armutsbericht in Deutschland. Wenn Sie das lesen, jeder Fünfte lebt in oder in der Nähe von Armut. Was ist die Reaktion? Es wird nicht die Armut diskutiert, sondern die statistischen Erhebungsmethoden dann kritisiert. Das wird diskutiert. Haben Sie mitbekommen, dass das mittlere Einkommen in Deutschland innerhalb von vier Jahren von 940 auf 780 Euro gesunken ist? Ist Ihnen klar, was das heißt? Hat Ihnen das mal jemand erklärt, was das bedeutet? Dass das Mitteleinkommen, das exakt in der Mitte Deutschlands liegt, dass das binnen kürzester Zeit um 160 Euro gesunken ist? Und die Reaktion aus dem Kanzleramt? Die Zahlen sind veraltet. Die sind von 2005, 2006, das ist noch rot, grün, seitdem sind hunderttausende von Stellen neu besetzt worden. Was das Kanzleramt nicht sagt ist, dass fast 80 Prozent der Leute, die eine neue Stelle gekriegt haben, ein Viertel weniger verdienen als in ihrem alten Job. Weil die Hochkonjunktur ist bei Billigjobs und Leiharbeit. Und was ist die Folge? Die Armen bleiben arm, aber sie können ihre Armut jetzt selber finanzieren. Das ist ja auch nicht schlecht, nicht wahr? Das ist für das Selbstbewusstsein ganz gut. Und sie sind von der Straße weg. Kommen Sie sich auf dumme Gedanken. Was wäre eigentlich, was würde passieren, wenn die auf welche Art auch immer Minderbemittelten, wenn die irgendwann mal die Nase voll haben und sich nicht mehr mit Idiotenfernsehen, mit Suff, mit Videos bählen und Phrasen von Politikern abspeisen lassen? Was wäre dann? Frag ich Sie. Die Probleme, die wir dann kriegen, damit werden wir die Polizei nicht alleine lassen dürfen. Nicht? Dann brauchen wir Überwachung, lückenlos schärfere Gesetze und Bundeswehr. Das deckt hinter dem Nationalen Sicherheitsrat den Wolfgang Schäuble will. Verstehen Sie? Dafür, dafür kämpft er für eine Aufrüstung, für den Krieg im eigenen Land. Der hat gar keinen Verfolgungswagen. Der Schäuble, der hat Weitsicht. Verstehen Sie? Der Islamist, der ist nur zur rechten Zeit gekommen. Der Staat, der Zugriffsapparat, der muss etabliert sein, solange der Staatsfeind noch einen Lappen auf dem Kopf hat, Akzent spricht und beim Anblick von Schweinskopf-Sülze den Glauben verliert. Das sehen Sie. Dafür muss er gerüstet sein. Der Staat muss fertig gerüstet sein, wenn die von Zwangsversteigerung bedrohten Kleinbürger plötzlich Gemeinsamkeiten mit dem McDonald-Proletariat entdecken und auf den Straßen skandieren. Wir fordern den langsamen Tod der Renditejäger, weil es die vernünftigste Art ist, die anstößigen Folgen des Kapitalismus loszuwerden. Großartiger Satz. Kennen Sie den übrigens? Der ist von John Maynard Keynes. 1936, berühmter amerikanische Nationalökonom. Sie behaupten, er sei veraltet. Modern ist heutzutage Josef Schumpeter, ein Zeitgenosse von Keynes. Der hat zur selben Zeit wie Keynes. Hat der Schumpeter gesagt, das Kapital hat die schöpferische Kraft der Zerstörung und es braucht Unternehmer, die sich keine Gedanken über die Folgen ihres Handels machen. Man muss sich aber keine Sorgen machen. Sie brauchen auch nicht darüber nachdenken, was ich so sage. Sie müssen es auch nicht mal ernst nehmen. Wissen Sie, ich, ich bin der Angst als Insasse. Es sind die Finanzjongleure und die Ackermänner, die draußen frei rumlaufen. Übrigens, der Helmut Schmidt, dieser von Altersweisheit befallene Talkshow-Insasse, der hat letzte Woche, letzte Woche zu Maischberger gesagt, die Finanzmärkte, die sind wie das Wetter. Das kann man auch nicht abschaffen. Dabei sind wir drauf und dran, das ganze Klima zu verändern. Und zwar, aus der Bild-Zeitung habe ich den. Gibt ja so einen Witz. Und zwar, warum haben Männer keine Orangenhaut? Weil es scheiße aussieht, ich weiß. Den erzählen Sie im Haus seit drei Tagen. Vielleicht sollten Sie Ihr Witze nicht auch noch meinen erklären zu müssen. So, jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig da sitzen und dann kriegen wir das schon alles. Ich muss dann zum Urin. Wo Sie hier hin müssen, bestimme immer noch ich. Ach gut, sollten Sie auch nur mit dem Gedanken spielen, diesen Knopf zu berühren. Dann gibt es den Einlauf noch gratis dazu. Spannend, ob er mich abholt. Aber der ist gut, mit dem Orangen und dann gerade. Ja, Bild-Zeitung, die habe ich immer so einen Witz dann. Auf der Rückseite, hinten. Bild-Zeitung sind ja zwei Seiten, musst du umdrehen. Wie heißt das alles bei denen jetzt? Humor. Genau, und da sind alles Witz. Den habe ich Jürgen seiner Schwester erzählt. Die ist so Frauenkampftrupp e.V. Du musst aufbeißen. Männer, wenn die... Da sagt sie, ja, mit mir würde sie es nicht lange aushalten. Da habe ich auch gedacht, da habe ich ja Glück. Zum Churchill hat einmal einer gesagt, mit Ihnen würde ich nicht. Ihnen würde ich frühs beim Kaffee den Tee vergiften, wenn ich mit Ihnen zusammen wäre. Da sagt der Churchill, wenn ich mit Ihnen zusammen wäre, ich würde ihn trinken. Ja, du musst immer ein bisschen. Einweid frei. Aber so ist das. Du musst froh sein, wenn du heute überhaupt nicht blieb unklart. Aber Jürgen ist eine Schwester, die muss man mal sehen, bei der da gefriert dir die Gänsehaut ein. Der Jürgen und ich, wir hätten der wohl eine Kontaktanzeige ausgeschnitten, Witz, nicht ernst. Wie war's? Meine Traumfrau, oder ne, meine Traumfrau, so rum, hat eine eigene Meinung und ist da genug, diese auch für sich zu behalten, ne, oder? Im Spaß, das war nicht ernst. Das war ja ein Blödsinn vom Witz her. Aber du hättest mal im Jürgen seine Schwester sehen müssen. Ja, hier werden schon wieder Objekte wie Frauen behandelt und Ding, ne. Man hat mal gesagt, das war ein Witz. Hier behandelt doch niemand irgendjemand wie eine Frau, oder? Ja, mit Witzen fängt das immer an und am Schluss ist kein Ernst mehr. Und seit ein paar Monaten ist die jeden Tag bei dem Yoga. Der Yoga-Hektiker da, ne, mit seinem eh so Riech- und Zimtlatschen-Geschäft. Aromatücher an die Wände, ne, so mundgetöpfert und handgeblasen. So, mit seinem Wohlfühl-Geschwätz, ne. Und dann dampft zum Gewalms da, oder so, Räucher, eine Rauchbombe gestreut. Dann dampft zum Gewalms da aus den Lautsprecher. Dunkel, oah, oder? Und dann liegt der da in seiner Klangmuschel im Koma und verzählt dir was vom Bewusstsein. Der hat doch nicht mehr alle Gurken im Glas. Und jeden Tag ist die bei dem. Die können sich gar nicht mehr satt ekeln an dem. Jeden Tag. Und den Yoga. Wenn der. Und den. Des. Und der Kerl ist so brauchbar wie ein Messer ohne Klinge, wo einem den Griff fällt. Oh, jetzt Urin, Isurin, nimm es sich mit, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, hat er schön, hat er wirklich ruhig, alles ein bisschen Ruhe, Gelassenheit, das Innere, danach sehen wir uns doch alle heute, oder, das Innere, den inneren Dalai für sich entdeckende, der Aufreger des Monats, oder, da kommt der Dalai Lama auf Staatsbesuch und alle sagen, ich bin dann mal weg, alle fort, vorneweg unser geschenkter Präsidentenkracher, der hatte Terminschwierigkeiten, ich kann da gerade nicht, da muss ich eine Pommesbude den Castro-Brauxel einweihen. Kanzlerin war auch fort, gut, das hab ich noch verstanden, weil mal irgendwie mal so unverbindliches Fotoshooting, das geht ja noch, aber jetzt Position beziehen, Ärger mit China riskieren, da kam aber gleich die Wirtschaft, hab gesagt, nein, das gefährdet Arbeitsplätze und batsch, war sie im Flieger, um das zu machen, was sie am besten kann, nix. In Ruhe abwarten und gucken, wie sich die Sozen wieder selbst zerfleischen. Und da ist immer Verlass drauf, ich hab bei denen schon länger den Verdacht. Im Land muss ein gigantischer 40-Tonner seine Runden drehen, bis oben hin beladen mit Fettnäpfen und dauernd ruft Just-in-Time einer vom SPD-Vorstand an und sagt, äh, wir brauchen mal wieder was. Zack, wird geliefert. Zack, wird geliefert. Der sanfte, der sanfte Darlei, im Politpoker benutzt, um Unfrieden in die SPD zu tragen. Sein Treffen mit der Roten Heidi, dieser Ministerin, die Entwicklungshilfe nötig hat, hatte nur einen Zweck, Steinmeier vorzuführen. Die letzte Platzpatrone, die die SPD noch im Lauf hat, war plötzlich zu beliebt, und schob sich auf einmal bedrohlich nahe in Meinungsumfragen an die Kanzlerin. Und da hat Lady Macbeth aus Vorpommern aber mal ihr Nattern gezücht zusammengehört. Machen Sie da mal was! Und zack, wurde Heidemarie Vitorek Zeul als Schachfigur im politischen Ränkespiel eingesetzt. Die Kanzlerin hat ihr noch leicht den Rat mit auf den Weg gegeben. Sie müssen den Außenminister davon ja nicht unbedingt in Kenntnis setzen. Was die Rode Heidi auch brav gemacht hat. Ich brauche von Frau Dr. Merkel keine Genehmigung, ich nehme nur ihre Befehle entgegen. Und die Kanzlerin saß im Flieger, hat vor Schadenfreude in die Hände gepatscht und gegluckst. Da hat sich gezeigt, das Selbstbewusstsein der Sozialdemokratie. Gut, der Dalai hat Heidi noch etwas getröstet, hat noch gemeint, wenn die Lage auch ganz aussichtslos scheint. Immer tapfer weiter lächeln. Der Dalai mit seiner tollen Philosophie von der transzendentalen Übergangsretourie. Er, wie es geht, das Leben als ständiger Übergang in eine andere Materie. Das konnte man konkret sehr gut beobachten. Kaum hatte er seinen Besuch angekündigt, schon findet sich der Boss der Bahngewerkschaft Transnet im Enddarm von Bahnchef Medon wieder als Arbeitsdirektor, wo er jetzt lohngedammte Lokführer auch noch zum Kloputzen treiben kann. Ich möchte nicht wissen, was dieser Hansen wie viele Nutten aus den Restlaufverträgen von VW er dafür zur Verfügung gestellt bekommen hat. Na, das ist so. Rechtsbeistand gab es wahrscheinlich von Siemens, aber man sieht es. Es bricht alles weg, alles bröckelt hinein ins Transzendentale. Unsere weltklimarettende Große Koalition. Jetzt hat sie schon wieder ein anderes Thema, das er schnell wieder vergessen kann. Den Artenschutz. Das neue Steckenpferd von Sigmar Gabriel. Er will das Artensterben verhindern. Da kannst du gleich mal bei der SPD damit anfangen. Und der Klimaschutz, was ist? Hängt im Schrank. CO2-Steuer. Förderung von alternativen Energien. War da mal was? Alles weg. Na, ein verregnetes Frühjahr. Und schon sagt unsere selbsternannte Jeanne d'Arc des Ozonlochs. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Na, und so ist es mit allem. Und da merkst du langsam draußen, der Unmut bricht sich Bahn. Na, das wirst du doch nur noch verarscht im Land. Wir werden doch nur noch verarscht. In Biergärten immer öfter verhaltenes Gekrummel. Was macht denn die raff eigentlich? Die hat doch nicht mehr, nein, die gibt's doch so lange nicht mehr. Die hat sich doch aufgelöst. Dann kommt der Pharma-Referent. Ich grüße Sie, Herr Pirol. Ist aber auch schön. Ein schöner, ist sie nicht zu spät worden? Auch schon da. Ist nicht so schön. Zeit wär's allmählich. Nein, jetzt machen Sie doch nicht so ein Gesicht. Draußen ist Frühling, mein Gott. Hai, wie da die Schinken wippen. Ja, kennen Sie das nicht? Hai, wie da die Schinken wippen. Wie geht es weiter? Wie aus Gummi sind die Rippen? Wie aus Gummi sind die Rippen und die Busen in den Blusen hüpfen wie die Pampelmusen. Ist doch gut, oder? Wolle Sie jetzt hier Ihren Fachvortrag halten? Wird das jetzt auch eine Zitate-Sammlung von der Charlotte? Nein, Fachvortrag, selbstverständlich. Kommen wir gleich zum Thema Pharma. Fahren wir jetzt zusammen zum Adlon, zum Kongress nach Berlin oder fahren wir nicht? Ah, 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 ah. Ich muss mal denken, nicht so gut, Herr Pirol, hier habe ich die Prospekte dabei. Wir haben ein Jahresthema, da lecken Sie sich die Finger danach. Die Pharmabranche, innovationsfreies Wachstum in Zeiten turbulenter Kapitalmärkte. Und was gibt es da, die Pille danach, wenn wieder irgendwo ein Immobilienvort zusammengekracht ist? Allein das Rahmenprogramm. Wir haben wieder das Champagner-Karussell, wie jedes Jahr ist es wieder dabei. Dann haben wir Hostesseln, lecker Fingerfood, Pharma-Schinken. Ist doch gut, oder? Pharma-Schinken. Was mich wirklich interessieren wird, wäre das mit den Finanzen. Finanzen sind geregelt, die Hostesseln gehen aufs Haus. Nein. Kein Problem. Nein. Überall kein Problem. Nein, ich meine doch den Vortrag. Weil, wissen Sie, ich habe da schon länger so ein kleines geerbtes Vermächtnis in Lichtenstein. Lichtenstein. Höre ich da Lichtenstein, Herr Pirol? Lichtenstein ist gestern. Machen Sie was anständiges mit Ihrem Geld. Ja, wie sollen das heute noch gehen, Geld und anständig? Wenn du heute irgendwo was anlegst, da stehst du doch mit einem Bein im Knast. Ja, aber doch nur mit dem Spielbein, mit dem Standbein verdienst du weiter Geld. Keine Panik auf der Titanic. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wenn überall die Finanzkrisen, die Peak-Points kraschen, alles fehlt. Irgendwann säuft doch das ganze Schiff ab. Ja, das Schiff vielleicht, aber das Oberdeck nicht. Sie müssen rechtzeitig in die erste Klasse gewechselt haben. Die haben beim Untergang der Titanic fast alle überlebt und haben anschließend noch den Untergang vermarktet. Verstehen Sie? So müsst ihr das nicht machen. Was soll ich jetzt machen mit meinem Geld? Auf Eisberge setzen? Jetzt haben Sie es verstanden. Es gibt drei Konstanten. Hunger, Krieg, Katastrophe. Verstehen Sie, was ich meine? Sie müssen auf die Krise setzen. Dann sind Sie immer auf der richtigen Seite. Sie verstehen nicht. Beispiel. Freuen Sie sich über steigende Preise, Herr Pirol. Haben Sie einen an der Waffel? Ich war vorhin tanken. 1,53,9. Diesel. Das sind drei Mark. Wo soll ich mich da was freuen? Und bald ist das Öl ganz fatt. Ja, da müssen Sie eben auf den Mangel setzen und Rendite mit dem Mangel erwirtschaften. Hier, gucken Sie. Das ist die neueste Geschäftsidee von der Deutschen Bank in Frankfurt. Die haben, freuen sich über steigende Preise. Die haben in Frankfurt bei Bäckereien Brötchentüten verteilt mit diesem Ortsdruck. Verstehen Sie? Getreideknappheit. Geld verdienen. Man sagt es doch auch. Hunger und Not sind des Anlegers Brot. Na, behalte es es. Da bleibe ich lieber in Lichtenstein. Da weiß ich wenigstens, was die mit meinem Geld machen. Aber ich habe noch einen für Sie. Kennen Sie den? Da kommt ein Fernfahrer in seine Stammkneipe. Nein, kenne ich nicht. Will ich auch nicht kennen. Schade. Super Witz. Super Witz. Ich muss ehrlich sagen, ich muss Ihnen offen sagen, Freunde. Ich habe manchmal das Gefühl, ich komme ja viel rum im Land. Ich habe manchmal das Gefühl, man müsste den deutschen Tabletten ins Grundwasser mischen, da dieses Lamentieren aufhört. Ich war letzte Woche auf dem Ärztetag. Deutscher Ärztetag. Das Gejammer ist nicht zu ertragen. Grauenhaft. Hätte nicht viel gefehlt, hätten Sie uns noch vorgeworfen, dass die Arzneikosten höher liegen als Ärzte und Krankenhäuser. Dabei sollen Sie froh sein, dass das so ist. Verstehen Sie? Wir verpulvern das Geld doch gar nicht. Wir machen aus dem Pulver Umsatz und geben es dem Volk millionenfach als Dividende zurück. Verstehen Sie? Wenn Sie Aktien, wenn Sie Pharma-Aktien haben, da haben Sie so viel Rendite, da kommen Sie gar nicht auf die Idee, krank zu sein. In Deutschland steigt die Lebenserwartung mit der Höhe des Aktiendepots. So müssen Sie das mal überlegen. Wir sind weltweit beneidet um unseren Pharma-Markt und Anleger. Sie haben ja überhaupt keine Ahnung. Jetzt zeige ich Ihnen mal was. Sie gucken, als ob Sie von nichts eine Ahnung haben. Gucken Sie mal hier. Jetzt zeige ich Ihnen mal was. Freunde, das hier ist ein Diagramm. Ich weiß nicht, ob Sie sowas lesen können. Wir haben hier den Pillenumsatz in Deutschland die letzten zehn Jahre. Von 900 Millionen pro Jahr runter auf 570 Millionen. Abwärts. Und das hier, das ist der Umsatz. Der geht hoch. Die Schere öffnet sich, Freunde. Das kleine Knickchen hier. Das ist das Jahrhundertwerkchen von Ulla Schmidt. Das kleine. Sie verstehen nicht, was das heißt. Wir machen bei sinkendem Pillenumsatz steigenden Materialumsatz und haben Gewinn, obwohl immer weniger Pillen gegessen werden. Das müssen Sie erst mal einem nachmachen. Noch dazu in einem Land, in dem von den letzten 400 Medikamenten gerade mal sieben einen neuen Wirkstoff gehabt haben. Verstehen Sie? Zwei Prozent Wirkstoffinnovation und der Umsatz geht ab wie eine Rakete. Ja, wo kriegen Sie denn sowas? Verstehen Sie? Und ich sage Ihnen auch, wie wir sowas machen. Wir sind innovativ, aber auf einer höheren Ebene. Wir sind innovativ beim Kreativmarketing. Sie gucken mich an, als ob Sie nichts verstehen. Hören Sie zu. Jetzt machen wir mal konkret. Also, konkret. Es gibt in Deutschland eine Form von Altersblindheit. Vielleicht haben Sie schon gehört davon. Es gibt in Deutschland eine Form von Altersblindheit, die ist relativ verbreitet, sogar auch weltweit sehr gut verbreitet. Und da gibt es ein Medikament, das sehr gut hilft. Darmkrebspräparat Avastin. Zehn Injektionen, Stück zu 25 Euro. Und der Senior kann das Elend um sich rum wieder sauber erkennen. Aber da hat ja die Pillenbranche nichts davon. Was habe ich als Pharmamann davon? Ich habe eine Krankheit mit wunderbarem Leidensdruck, mit einer erstklassigen Verbreitungsdichte und mit 250 Euro ist das Ding gegessen. Und das ist ein Fall für die Kreativabteilung. Verstehen Sie? Der Wirkstoff minimal verändert. Als Name nicht mehr Avastin, sondern Lucentis. Und dann über Novartis verkauft für 1500 Euro pro Injektion. Das ist das 60-fache. Und der Preis, der ist auch nicht einfach erfunden worden, über den Daumen gepeilt. Der ist mit einer völlig neuen Methode errechnet worden. Und zwar mit einer Leidensdruckanalyse von Avastin-Patienten, die man anschließend in Euro umgerechnet hat. Das ist Tatsache. Das haben wir rausgekriegt. Die Arzneimittelkommission schätzt das Marketpotenzial für diese Krankheit allein 9 Milliarden, Freunde. 9 Milliarden! Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, ja warum verordnen die Ärzte und die Kasse nicht einfach weiter Avastin? Ich sage denen, weil sie es nicht dürfen. Seit Lucentis als Augenpräparat zugelassen ist, darf Avastin nicht mehr verordnet werden. Und das ist keine schludrige Bürokratenarbeit. Das ist harte Lobbyarbeit über Jahre hinweg, Freunde. Es gibt Leute, die da dauernd kritisieren. Der jetzt immer in Talkshows ist, dieser Medizinjournalist, dieser Bartens. Der reitet da immer drauf um. Aber das sind Leute, die ein eingeengtes Blickfeld haben. Die gucken immer aus dem Blickfeld des potentiellen Patienten. Das ist aber falsch. Wir Pharma-Leute müssen weiter blicken. Wir, wir stärken erst die Leistungsträger. Und die können dann die Krankheitsträger erreichen. Das ist ein Satz, den müsste ich mir patentieren lassen, bevor man da Westerwelle klaut. So ein Satz ist der. Das ist die ganze Zeit. Ich bin fertig. Ja, eins. Mal abholen. Äh, nein. Es ist ein... Es ist ein... Eins wird mich jetzt doch noch... Ich bin da... Ähm... Eins wird mich jetzt doch noch interessieren. Ja, natürlich waren wir noch gar nicht fertig. Da kommt der Fernfahrer in seine Stammkneipe und da wird es sagen... Warum warst du denn so schlechte Lorner diesmal? So, das kann ich dir sagen. Ich war eine Woche lang auf Achse. Ich komm heim, will mich ein bisschen auf die faule Haut legen. Da ist die einkaufen. Verstehen Sie? Faule Haut ist ein Wortspiel. Ne? Ja, ist so ein bisschen intellektuell am späten Abend. Ist egal. Wir sehen uns im Adlon. Ich drehe noch eine Runde Station. Pröbchen verteilen. Tschüssikowski, Herr Pirol. Nein, halt! Moment! Noch nicht! Ähm... Ich wollte noch... Nein! Ich wollte noch was wissen, doch. In diesem Hungerfonds. Mit dem... Mit dem Hunger... Mit dem... Mit dem Hungerfonds. Mit der Wertentwicklung. Mit den Prognosen. Prognose? Herr Doktor, wenn ich das Wort Prognose noch einmal höre. Ich brauche Tabletten, das geht nicht mehr. Ich brauche... Nein, bitte, Herr Bispes, bleiben Sie ganz locker. Ihr Prognose ist halb so wild. Ich habe das durchgeguckt, das kriegen wir... Das geht doch nicht um meine Prognose. Es geht um die Situation, diese Steuerprognosen zum Beispiel. Ah! Sie meinen das tolle Steuersenkungskonzept der CSU? Genau! Haben Sie mitbekommen, wie die dieses Steuergeschenk von 28 Milliarden Euro eigentlich finanzieren wollen? Ja, also so wie ich das verstanden habe, wollen Sie das mit den Steuererwartenden... zu erwartenden Steuermehreinnahmen aus 2012 finanzieren? Ja, genau. Ja. Ja und? Ja und! Da kann ich doch genauso gut sagen, ich finanziere das mit den Gewinnen, die Erwin Huber im Spielkasino Monaco machen wird im Jahr 2012. Das ist doch unseriös so was! Nein, das ist Politik! Das sage ich doch, Prognosen sind politisch motiviert und deshalb sind die unseriös. Nein, also Prognose heißt so viel wie Vorherwissen. Und das Vorherwissen entspringt der kritischen Beurteilung des Gegenwärtigen. Ah! Und weil Erwin Huber derzeit extrem kritisch beurteilt wird, deshalb kann der vorhersagen, wie hoch die Steuereinnahmen 2012 sind oder was? Huber, der Huber, der Huber, der kann doch nicht mal vorhersagen, wie spät es in einer Stunde sein wird. Nein, aber es ist... Trotzdem... Trotzdem, es geht um die Zukunft und da braucht es Prognosen. Ah ja, und dann rechnen die aus, wie hoch der Rentenbeitragsatz im Jahr 2050 sein wird. Warum? Warum, 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 warum leckt der Hund sich die Eier? Weil er es kann! Entschuldigung! Die stecken mich alle an. Aber warum können diese blöden Hunde es nicht für sich behalten, wenn sie es schon ausrechnen müssen? Ich lauf da auch nicht rum, wenn ich gepuppelt habe und zeig allen, guck mal was ich Tolles gemacht habe. Hör Sie bitte, Herr Bisper, manchmal sind Ihr Vergleich aber auch ein bisschen unappetitlich. Die sind unappetitlich, wenn die ganze Richtung hier nicht mehr schmeckt. Ich sitze vorm Fernseher, unschuldig, da liest der Nachrichtensprecher mir vor, wie hoch der Rentenbeitragssatz im Jahr 2050 sein wird. Und da brauchen Sie sich doch jetzt nicht aufregen, da haben Sie doch noch ein bisschen hin, da können Sie doch ganz locker nehmen. Ja, aber so ein Mensch muss da hirntot sein. Wer sowas vorliest, der ist doch hirntot. Wer einen funken Restverstand hat, der würde doch in dem Moment in der Sendung aufstehen und sagen, was ist das für eine Scheiße hier? So, wieso muss ich das denn hier vorlesen? Haben wir keine Nachrichten mehr oder was? Oder habt ihr auch die Wetterprognose für 2050 vorliegen? Ich gucke jetzt doch mal, ich gucke mal eine Farbe rein. Ich glaube, Sie haben was ganz Gutes noch gemacht. Ich bitte Sie, was rechnen Sie da rum, 2050, wer weiß denn was in 42 Jahren ist? Wer weiß denn was in 30 Jahren ist? Sind 15 Jahre für irgendjemand hier im Saal ein überschaubarer Zeitraum? 15 Jahre. Wissen Sie, was da alles passieren kann in 15 Jahren? So lange war nicht mal das tausendjährige Reich. Kohl war länger als das tausendjährige Reich. Nicht nur gefühlt. Nehmen wir doch mal. Nehmen wir doch mal 15 Jahre aus unserem Leben. Fangen wir 1990 an, da haben wir einen klaren Startpunkt. Die meisten können sich erinnern, 1990, wir waren frisch wieder vereint, diese Euphorie, wir waren Fußball-Weltmeister. Franz Beckenbauer standen rum auf dem Rasen und sagte, wir werden jetzt über Jahrzehnte im Fußball unschlagbar sein, wo die Ostdeutschen mit dabei sind. Dann kam Berti Vogts. Hätte ich 1990 prophezeit, im Jahr 2004 ist Arnold Schwarzenegger, also Conan der Barbar, Gouverneur von Kalifornien, da sollten wir uns jetzt schon große Sorgen um Kübelböck machen, oder? Hätte ich 1990 prophezeit, im Jahr 2004 tritt Lettland der Europäischen Union bei. Da hätten die ersten damals gesagt, Lettland? Was ist das denn? Hör mal, ich kenn Legoland, aber Lettland? Das gab es damals noch gar nicht. Das war doch alles noch der Russe. Wissen Sie noch? Der Russe, der eine, der immer vor der Tür stand. Kennen die jungen Menschen gar nicht mehr, ne? Das ist die jungen Menschen, die dann lächeln so hilflos vor sich hin, ne? Was will der alte Mann denn jetzt schon wieder, ne? Kennen Sie diesen Blick von jungen Leuten? Kennen Sie diesen Blick von jungen Menschen, wie die denken, pass auf, gleich erzählt er wieder vom Krieg. Kennen Sie diesen Blick? Ich kenne diesen Blick. Ich habe vor kurzem selber noch so geguckt. Plötzlich bin ich so alt, ich beginne zu begreifen, wie mein Opa sich gefühlte, wenn er aus dem Krieg erzählt hat. Machen Sie die Probe. Schnappen Sie sich mal einen 18-Jährigen, erzählen Sie aus dem Jahr seiner Geburt. Schnappen Sie einen 18-Jährigen, erzählen Sie dem von 1990. Sagen Sie 1990, da gab es kein Internet, alle Telefone hatten Kabel und der Russe stand vor der Tür. Ne, jetzt nicht echt, oder? Auch kein Wikipedia? Und wie habt ihr Hausaufgaben gemacht? Wir erklären mal jetzt den jungen Menschen der Russen, sowas muss ja erklärt werden, bevor wir den Leuten erklären, was Wikipedia ist. Der Russe war früher das, was heute Al-Qaida ist. Nur der Russe hat es ja nie heimlich gemacht. Der Russe stand immer offen und ehrlich vor der Tür. Bei den jungen Menschen sitzt der Russe im Fernseher mit der Milchschnitte. Hätte ich 1990 prophezeit, in 15 Jahren sitzt der Russe mit der Milchschnitte im Fernseher. Da sollen uns doch jetzt mal Gedanken machen, wofür denn Osama Bin Laden, der uns Werbung machen wird. Ich tippe auf Überraschungseier. Kein Mensch, kein Mensch, kein Mensch weiß, was in 15 Jahren ist. Vielleicht sind die Deutschen bis dahin auch die Merkel-Light. Man muss auch das Undenkbare denken können. Vielleicht haben wir Glück, sie wird vom CIA verwechselt und verschleppt. Und unser Geheimdienst Merkel ist erst nach drei Jahren. Und wenn sie dann zurückkommt mit den langen Haaren und dem Bart, dann wird der Steinmeier da stehen. Steinmeier kennen Sie ja? Steinmeier, unsere Außenrolle. Frank-Walter Steinmeier, der Mann, der verzweifelt versucht, sich in sein eigenes Brillengestell rein zu hungern. Er wird da stehen, er wird sagen, ich habe von der Entführung von Frau Dr. Merkel erst nach ihrer Rückkehr Kenntnis erhalten. Wir haben uns im Ausbildungsamt zu jedem Zeitpunkt, aber wir nicht wussten, dass Frau Dr. Merkel entführt war für eine Freilassung. Frau Dr. Merkel engagiert, wir konnten eine Rückkehr vor Frau Dr. Merkel leider nicht verhindern. Herr Appel, das ist ja toll. Ich habe schon gehört, ich habe von Ihrem Therapieerfolg gehört. Um was geht es denn in Ihrem Lied? Mein Lied ist ja ein Befreiungssong für Deutschland. Ich möchte ja Deutschland wieder reich sehen und deswegen, ich möchte also quasi Angela Merkel ein wenig unter die Arme greifen. Ach, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Was ist mit Merkel? Da versteht unser Stationsleiter überhaupt keinen Spaß. Herr Merkel? Nein, 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 nein. Sie werden es ihm doch nicht verraten. Nein, aber machen Sie, bevor er kommt. Nein, also es geht ja darum, also wir werden quasi eine Sammelbewegung machen, weil die Merkel sieht ja schon so traurig aus. Das funktioniert. Ja, und dann schicken wir noch unsere größten Jammerlappen mit auf Tour. Wir machen so ein Live Aid für Deutschland. Ja, vorneweg. Also Herbert Grönemeyer. Kennen Sie Herbert Grönemeyer? Nein. Der hat ja diese schöne deutsche, depressive Stimme. Wenn die Welt diese Stimme... Das ist die Stimme Deutschlands. Boah, gib denen Geld. Ja, da kriegen wir sogar aus dem Kongo-Fresspaket. Da bin ich mir absolut sicher. Ja, natürlich. Und dann nehmen wir noch mit... Der ist noch schön. Kennen Sie den? Nein. Nööö. Varius Müller-Westernhagen. Nööö. Pipi ist kein Name und noch kein Getränk. Mancher muss schon rennen, wenn der nur an Pipi denkt, oh Baby, dass ist das hin? Nein. So wackeln Sie ja wie gleich. Hören Sie doch mal auf. Den nehmen wir aber mit. Und eben noch den. Was ist das denn? Udo Lindenberg. Wer soll das sein? Sie kennen Udo Lindenberg nicht? Nein. Das ist doch Ihre Generation. Das ist auch so ein Fidel-Lagradflüchter. Kennen Sie den nicht? Aber der ist so... Ja, der ist so, ich habe auch gedacht, der wäre schon längst plastiniert. Ich habe auch schon gedacht, den hätten Sie nur noch zwei Duracell in den Hintern geschoben und dann macht er immer nur so ein... Ja, jetzt, 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 ich sag sie einfach an und dann legen sie los. Drei Engel für Angie. Ja, ja, also, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Anstalt ist stolz zu präsentieren, unser neuester Therapieerfolg, seit Jahren erstmals wieder Stubenrein. Ingo Appelt mit seinem Song, wie heißt das Ding? Ist egal. Musik! Bruno von Deines Helden, so Stimmung! Deutschland ist am Ende, wir haben nix mehr zu verlieren, doch wir schaffen die Wende. Wir können uns eh nicht mehr blamieren. Schluss bitte im Gejammer, das hält doch keiner Sau mehr aus. Wir wollen wieder sexy sein und darum ziehen wir uns für euch aus. Die, 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 Striptease for Germany, Striptease for Germany. 4 Millionen Arbeitslose, alle in der Unterhose. D-Dim, 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 D-Dim. Helmut Kohl und Retz so schlau, zeigt uns heuren Schwabbelbauch. Und der Herrmann, der kann das sein. Ja, das ist der Fall, aber. Striptease for Germany. Striptease for Germany. Jetzt los, die ganze Fahne. Schauen Sie, Herr Apfel. Und checkern uns für Jahren. Nein, nicht, 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 nicht. Man muss nicht die Hose aufmachen. Lassen Sie die Hose zu. Striptease for Germany. Der zieht sich ja aus. Der Millionen Arbeitslose, alle in der Unterhose. Der zieht sich ja aus, Herr Apfel. Der zieht sich ja aus. Striptease for Germany. Striptease for Germany. Deutschland neckig und vereint, damit die Merkel nicht mehr weint. Damit die Angie nie wieder weint. Sind Sie wahnsinnig, ich glaube, in den Pakt sind Sie wahnsinnig gewonnen. Ich glaube, Sie können sich hier doch nicht einfach darum, dass wir Folgen haben, mein das ist eine Unverständlichkeit, was Sie sich hier da geleistet haben. Sehen Sie zu, dass Sie verstehen. Wenn Sie unsere Kanzlerin, wenn Sie unsere, wenn Sie unsere Kanzlerin schon vorführen wollen, wenn Sie unsere Kanzlerin, wenn Sie raus jetzt, wenn, wenn Sie uns, wenn Sie unsere Kanzlerin schon vorführen wollen, dann müssen Sie ein bisschen mehr an die Substanz rangehen, obwohl. Substanz und Merkel ist ja irgendwo, damit Angie nicht mehr weint, die heult doch nicht, die lacht sich doch kaputt. Jetzt, nach Ihrer großartigen Südamerika-Tournee, was für eine Show. Aber geschickt gemacht, nur die Länder besucht, die ihr gewogen waren und um den politischen Aufbruch einen weiten Bogen gemacht. Aber sie hat Ihnen immerhin oberlehrerhaft erklärt, warum diese Regierungen erschweren ihren Bürgern die Teilhabe am Wohlstand. Blöd, nur dass zeitgleich ein Protestbrief Ihrer Fraktion durchs Flugzeugfax gerattert ist. Sie soll sich entweder mal kümmern, in Deutschland verarmt die Mittelschicht, Steuern senken. Oh, da hat sie sich aber gleich zu Wort gemeldet. Wir wollen alles, was wir den Menschen zurückgeben können, so schnell wie möglich zurückgeben. Also zum einen, früher in der Schule, da habe ich immer Angst gehabt, wenn einer auf dem Pausehof zu mir kam und sagte, das kriegst du zurück. Na und zum zweiten, mit diesem wunderbaren Schachtelsatz hat sie sich wieder alle möglichen Optionen offen gehalten. Sie will uns etwas zurückgeben, wenn sie es kann, was sie natürlich nie können wird und nur dann, wenn es möglich ist. Was übersetzt so viel heißt wie, es gibt nichts. Sie sollten sich da bei dieser Frau nicht so festbeißen. Das ist nicht gut für Sie. Wir müssen mir das große Ganze im Auge behalten, finde ich. Letztlich wird diese Frau auch nur eine Episode gewesen sein. Ja, aber wann? Jetzt, sehen Sie mal, nehmen Sie zum Beispiel mal den Niedergang Ihres Vorgängers. Herr Schröder, der steht doch gut im Saft. Na gut, seine Partei hat er ruiniert, aber sonst. Ja, ich meinte den gar nicht, aber wenn die Merkel mit der CDU fertig ist, dann sieht die Union aus wie die SPD nach Schröder. Da können Sie sich ja sagen. Ich meinte eigentlich als Vorgänger den von der Union, Helmut Kohl. Der Niedergang dieses Mannes und dessen Verfall, das hat doch auch was Tröstliches. Das ist ja ekelhaft. Ja, war es jetzt tröstlich oder ekelhaft? Ekelhaft. Und frischalehn. Und der Grauernach. Aber immer dasselbe. Mein Gott, da ist ja überhaupt kein Fleisch drin. Was erwarten Sie denn? Na, stimmt. Das kann ich Ihnen sagen. Fleischmäßig mehr Netto vom Brutto. Wie alle. Ersparen Sie mir diese abgedroschene Phrasen so spät am Abend. Das ist keine abgedroschene Phrase, das ist das zentrale Thema des Wahlkampfs. Steuern senken. Ja, als Ablenkungsmanöver. Damit niemand über die Mindestlohn-Debatte redet. Das ist doch... Wer profitiert denn von Steuersenkungen? Der kleine Mann. Na eben nicht. Weil er doch sowieso keine Steuern zahlt. Die Leute, die an der Armutsgrenze rumkrebsen, die zahlen doch gar keine Steuern. Ja gut, dann hat er auch nichts vom mehr Netto für Brutto. Dann kriegt er auch nicht mehr Frikadell. Ja, sogar keine mit Fleisch. Wenn man denen was zugutekommen lassen müssten, die, die da unten rumkrebsen, dann müsste man die Sozialabgaben vermindern. Verstehen Sie? Die, das zahlen auch die kleinen Leute. Ja, das hat die Union doch vor. Volker Kauder, der barmherzige Samariter hat doch schon angekündigt, die Arbeitslosenbeiträge zu senken. Ja, ich weiß auch um wie viel. 0,3 Prozent. Wissen Sie, was das ist? Bei zweieinhalbtausend Bruttos sind das 3,75 Euro im Monat. Ja, das sind zwei Frikadellen, rechnen Sie das mal aufs Jahr hoch. Sag ich doch, sag ich doch, alles nur Ablenkungsmanöver, verstehen Sie? Das ist das springende Punkt. Da ist was faul. Das ist was faul, das ist was faul. Weil da jetzt, wenn da mit ein paar Buletten, oh nee, halt, falsch. Entschuldigung, ich habe Bulette gesagt. Das ist der Sprachschatz der Linkspartei in Berlin. Ja, mein Gott, das stellen Sie sich doch nicht so an. Aber Sie haben es ja mit Recht erwähnt, die Buletten, nicht wahr? Ich Bulette sagen. Mit Mindestlohn von 7,50 Euro können Sie sich nach einer Woche schon die Frikadellen kaufen, die Sie ein ganzes Jahr da zusammen machen würden, nicht wahr? Es geht aber doch gar nicht darum, es geht ums große Ganze. Es geht um die Wurst geradezu. Ja, ich denke um die Frikadelle. Ja, wie Sie auch meinen von mir aus. Es geht um die, die von den Fleischtöpfen ferngehalten werden und mit miesen Frikadellen abgespeist werden. Aber der Tag wird kommen, an dem die Mühselingen und Beladenen aufwachen und feststellen werden, dass sie politischen Fleischklopse-Mogelpackungen sind. Und wissen Sie, was Sie dann machen werden? Dann werden Sie diesen, 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 diesen mehr netto für Brutto-Heuchlern Ihre Sätze dahin schieben, wo sie rausgekommen sind. Den Tag werden wir nicht mehr erleben, nicht in diesem Land. Doch, 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 es gärt und brodelt, verstehen Sie? Das Volk hat die Nase voll und zwar kräftig hat es die Nase voll. 80 Prozent der Deutschen freuen sich auf eine zweite Amtszeit von Horst Köhler. Ach was, das ist doch völliger Unfug. Das kann überhaupt nicht sein, nicht wahr? Irgendwann werden Sie die schönen Rednern leid sein, dieses, dieses Aufschwung für alle gedudelt. Das Volk will Klartext haben. 70 Prozent der Deutschen loben den sachlichen Regierungsstil unserer Kanzlerin. Ach was, die neoliberalen Furunkel am Gesäß der Marktwirtschaft sind überreif und werden platzen. Das dauert nicht mehr lange. Laut Fokus ist Guido Westerwelle nach Angela Merkel der am meisten geschätzte Politiker im Land. Die Verzweiflung wird sich bahnbrechen, das sage ich Ihnen nicht wahr. Der Keim des Aufruhrs sitzt doch im Volk schon drinnen. Im Wissen, dass die Welt mal morgen schon untergehen kann. Wird sich der Deutsche sagen, naja, dann fahren wir halt woanders hin in den Urlaub. Ach mein Gott, was ist denn mit Ihnen los? So habe ich Sie aber selten erlebt. Man kann sich damit gar nichts mehr aufrütteln. Also wenn ich das schon nicht schaffe, Sie munter zu kriegen, dann denken Sie wenigstens an, was Ihr Idol in solchen Situationen immer gesagt hat. Der Dings, der Dieter Thomas Heck. Ja, wisst ihr es nicht mehr? Wenn die Verzweiflung groß ist. Es gibt immer die Hoffnung. Es gibt immer ein Lied. Genau. Alles andere geht mir sowas von am Arsch vorbei. Das war Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren. Heute mit unseren Hochsängern Ingo Appels, Rolf Miller und Volker Fisbers. Das Grauen wartet auf Sie. Gleich bei Johannes Beckheimer wartet das Grauen. Dort sind Markus Söder und Claudia Roth. Zu Gast seien Sie wieder dabei. Lassen Sie sich wieder einliefern. Wenn es heißt, am 1. Juli läuft in der Anstalt. Sieh mal direkt nach dem heutigen Journal. Dankeschön.